Ich begrüsse Sie herzlich bei der Robert Huber AG. Mein Name ist Scholig Dauria und ich bin der Produktexpert in Fehlmerken. Ich freue mich euch, unsere neue und innovative B-Klasse Ihnen präsentieren zu dürfen. Voll ausgestattet präsentiert sich die neue B-Klasse B250 Formatik in Silber, Metallisé und mit Progressive Line Eleganter. Die Motorisierung ist mit Benziner und Diesel und jetzt auch neu als Plug-in Hybrid erhältlich. Der Koffervolumen beträgt neu 515 Liter und kann mit den verstellbaren Ladekanten und abklappbaren Hintensitzen Ihnen noch eine ausreichende Menge an Platz verschaffen. Im Cockpit hält sich das neue Design gegenüber dem Vorgänger deutlich ab, voll ausgestattet mit allen Fahrassistenten. Ganz neu ist auch das MBUX, die neue Sprachsteuerung von Mercedes. Sie können Klimalage, Navigation, Radio, Telefon und vieles mehr damit steuern. Hier ein kleines Beispiel. Hey Mercedes! Ja, bitte? Navigieren mich nach Fehlmerken hier auf Mettenstrasse 2. Die Route wird berechnet. So einfach geht's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Ihren Besuch hier in Fehlmerken. Ihr Scholig Dauria von Ihrem Stern im Aargau. Robert Huber AG – Ihr Stern im Aargau Da, 33 Jahre!